Herzlich Willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Uncharted 4, A Thief's End. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch mit diesem Video auf jeden Fall gute Unterhaltung und viel Spaß. So, Nathan und Sam sind auf dem Weg nach Libertalia. Wir hatten ja in der letzten Folge einen Schatz ausfindig gemacht, der sich hier in dieser Gegend befinden soll. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was uns erwartet. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. So, wir schauen uns auf jeden Fall erstmal alles an, weil das ist ja eine herrliche Gegend hier. Türkis-Blaß-Wasser hat es dann... Mal aufpassen. Drehen wir nochmal eine Runde, bevor wir auf Grund... auf Sand auflaufen, so muss ich sagen. So, Spektakuläres gibt es noch nicht. Es gibt so kleinere Inseln hier. Ich weiß nicht, sollen wir die alle abend mal abklappern? Komm. Denn wenn der Ausblick schon so schön ist, schauen wir uns natürlich alles an. Ja, ein Wrack. Das schauen wir uns mal näher an. So. Gibt's hier Haie? Bei meinem Glück vermute ich das. Aber gut, wir kommen hier auch so hin. Ein bisschen schneller könnte er laufen. Das ist schon arg langsam. Wir drücken sie V, um das Fahrzeug zu finden. Ne, das brauche ich nicht. Das weiß ich, wo das Boot ist. Ach, er fährt mit dem Boot. Schlauer Bruder. Bin ich gut? Ah, sehr schön. Oben müssen wir tauchen? Ne, wir müssen erstmal was noch notieren. Schauen wir mal, was hat der Nathan notiert. Ja, das ist recht einfach. Versuchen wir ein Schiff. Wir sind definitiv am richtigen Ort. Oder wir sind beide am falschen Ort. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Können wir tauchen? Ich hab das noch nie ausprobiert. Wie ging das? Ah, wir können. Das Blödsinn. Natürlich haben wir es schon ausprobiert. Ganz am Anfang. Aber haben lange nicht mehr das kühle Nass spüren können. So, hier war nix. Probieren wir hier nochmal runtergehen. Nein, du sollst da runter. So. Haben wir hier was? Oh, da haben wir was. Oh, ein Kompass. Da ist nichts. Schaut's aus mit dem Sauerstoff. Oh, oh. Ich glaub, wir müssen hoch. Uh. Okay. Wunderschön. Ja, da ist nichts mehr. Ja, fahr halt noch weiter weg. Super Hilfe. Hilfe, wir mal hoch jetzt hier. Kommen wir denn da hoch? Ah, okay. Hey, hast du was gefunden? Ja. Mogul-Schätze im Wert von 400 Millionen. Hahaha, witzig. Okay, da war, meine ich jetzt, nichts mehr zu finden. Hm. Nehmen wir mal hier hin. Nehmen wir uns das mal an. Hört sich gut an. Das ist vielleicht nicht Libertaria, aber schön ist es hier trotzdem. Da hast du wohl recht. Ja. Oh, das ist ganz toll. Hurre, ich muss mich nur ein wenigstens��. Ich muss mich nur ein wenigstensiments. Okay, das ist für mich. Oh, okay. Aber vielleicht müssen wir uns mal an. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Ja. hmm here's nix badehosen nicht schlecht und frische socken socken vergesse ich immer nasse socken halten kühl komm schon so da hinten habe ich noch mal was gesehen schauen wir mal da irgendwas ist aber ist das cool so das sieht mir vielversprechend aus hier ich glaube hier gehen wir mal an land wird er auch so was jetzt gehen wir erst mal hier ich sehe mich um willst du mit klar will ich mit ja da kommen wir aber nicht hoch das ist wohl eher schon das ende wir müssen auf die andere seite vermute ich das heißt wir dürfen wieder boot fahren ja oder ja so sam komm gib gas sam gehen wir gut brüderchen dann los upsie was ist da los wie da oben was da oben was ist da oben oh all right da sind so art stufen ja da können wir uns hangeln wir müssen aber wahrscheinlich von einmal hier oben vorne rum fahren können wir da nicht durchfahren ich mach's denn hier so hier oder ist es hier mal richtig ich ich schaue mich mal ein bisschen um ich komme mit vorräte von der früheren expedition ok hier ist was was hast du da berg burns 17 januar 1808 vor einem jahr stand ich in einer verwahrlosten gefängniszelle in panama und umklammerte ein geheimnisvolles holzkreuz heute stehe ich an den ufern eines verlassenen archipels inmitten des indischen ozeans einen schritt näher an der erfüllung des schicksals das großvaters Burns ungerechterweise verwehrt blieb. Captain Darby und seine Mannschaft hatten begonnen an mir zu zweifeln. Der Verlust unseres Quartiermeisters an die tödlichen Fallen in Schottland verbreitete keine Zuversicht, ebenso wenig wie die Wochen, die wir durch die Berge von Kings Bay gestreift sind. Aber dank Darvers zuverlässiger Navigation haben wir diesen geheimnisvollen Ort gefunden und die Stimmung hat sich merklich gebessert. Obwohl zwei Männer an Typhus erkrankt sind und isoliert wurden, haben die anderen ein Lager aufgeschlagen und treffen Vorbereitungen für die Erkundung der Inseln. In diesem Moment zum Luftholen drehen sich meine Gedanken um Claire. Beim Anblick der Schönheit dieser vergessenen Inseln überkommt mich ein Gefühl des Bedauerns, dass sie nicht hier ist, um diese Aussicht mit mir zu teilen, dass ich sie dazu überredet habe, zurück zu bleiben. Aber bald werden wir wieder vereint sein und ich bin sicher, dass sie diese Reise lieber durch Erzählungen erlebt, als dabei gewesen zu sein. Heute Abend ruhen wir uns aus. Wenn das Glück und das Schicksal es gut mit uns meinen, werden wir in spätestens einem Monat mit Averys Schatz ruhmreich nach Hause segeln. So, was haben wir hier? Ein Kreuz? Tja, so ist das. Tote reden nicht mehr. Tote dürfen sich ausruhen. Hm. Ja, viel, viel Möglichkeiten bleibt nicht mehr. Bleiben nicht mehr. Wir sind hier fertig. Jetzt kann es eigentlich nur noch die eine Seite sein. Ich hoffe... Also dieser Wendekreis ist ja unfassbar. So, Dreh rum. Ich hoffe, dass wir fündig werden. Hier jetzt. Aber eigentlich... Oh, wir sind einmal rum. Tatsächlich, wir sind einmal rum. Na super. Hier gibt es nichts. Okay, da hinten war das versunkene Schiff. Was gibt es denn noch? Aber da muss ja was sein. Da muss ja was sein. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ach Gott. Habe ich irgendwas übersehen? Ist das heute aber ein Programm? Ich sag doch, lass das rauchen. Ja, aber da war doch nichts. Dann komme ich auch nicht hoch, oder? Nein. Oh, 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 oh. Das ist unglaublich gut gemacht, also das sieht richtig klasse aus. Aber... Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir haben irgendwas übersehen, offensichtlich. So, mal ganz kurz revidieren. Von wo sind wir denn gekommen? Ich meine, dass wir... Wir sind, glaube ich, von der anderen Seite gekommen. Okay, also, die rechte Insel haben wir gehabt. Ich denke, da ist nichts mehr zu finden. Wir schauen jetzt uns alle kleineren Inseln an. Hilft dir nichts. Irgendwo wird es weitergehen. Zumal der Ausblick ganz schön ist. Also, hier ist nichts. Da ist ein Turm. Moment, da hat er doch vorher gesagt. Hinweis. Ja, nee, ich glaube, wir müssen zum Turm. Aber ich... Waren wir hier schon? Nee, hier waren wir noch nicht, oder? Glaube nicht. Mal gucken. Sam, geh weg. Ist der Weg. Das sieht gut aus. Hier geht's weiter. Ja, ich will nochmal ganz kurz gucken, was da unten ist. Ah, ja. Sehr schön. Da geht eine Treppe hoch. Haben wir hier. Genau, das habe ich gesehen. Alles klar. Ah, da wäre auch eine Treppe hochgegangen. Okay. Okay. Wie ein alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Äh, ich habe selten so eine fantastische Grafik gesehen. Ganz ehrlich. Das ist eine Augenweide. So. Okay. Alles klar. Okay. Okay, dann mal rauf. Äh. Ach so. So gleich. Ähm. Ah ja. Okay. Oh. Ah ja. Ja, das kommt davon. Wenn man nicht regelmäßig das Spiel spielt, kennt man die Steuerung nicht mehr. Naja. Ihr wisst ja warum. So, schwingen. Naja. Okay. Oh, hier haben wir was. Das sieht doch gut aus. Mhm. Ha. Irgendein Symbol. Sparren. Sparren. Sparren habe ich noch nie gehört. Sparren und Beilen. Okay. Ein Kompasspfeil. Oh. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall drauf drücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Hm. Ein Pfeil. Ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hin zeigt. Haben wir einen Wegweiser. Das ist gut. Das ist gut. Äh. Hallo. Bewegen. Was ist los? Was ist jetzt los? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Was war denn das jetzt? Na gut. Okay. So, warte mal. Ich will mal ganz kurz gucken. Wo hat der denn jetzt dieses Symbol gesehen? Ah, okay. Da unten. Der Pfeil zeigt nach rechts. Okay. Also wir gehen jetzt hier erstmal wieder runter. Wie war das an die Kante hängen? Hm. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ah, bruscht. Ist ja auch so. Also. 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 Da haben wir geguckt, oder? Ja. Ja. Dann gehen wir hier runter. Rutschen. In den Dreck. Wie schön. Ah, Moment mal. Das ist aber ein anderer Pfeil. Wir haben das Boot auf der anderen Seite gelassen. Genau. Stimmt. Okay. Der Pfeil zeigt diese Richtung. Alles klar. Also. Boot holen. Gehen wir da durch? Nein. Da können wir nicht drauf. Das ist aber ein anderer Pfeil zeigt, dass der Pfeil zeigt, dass der Pfeil zeigt, dass der Pfeil ist. Und der Pfeil zeigt jetzt hier hin. Ja. Wir haben immer so kleine Wegweiser. Wir müssen wahrscheinlich auf jede kleinere, noch so kleinere Insel gehen. Schauen wir uns erstmal da an. Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Genau. Also erstmal darüber. Und der Pfeil sagt. Ach, da sind jetzt überall die Pfeile emporgeschossen. Und der sagt diese Richtung. Okay. Und der Pfeil zeigt in diese Richtung. Und der Pfeil zeigt in diese Richtung. Hier ist auch ein Pfeil, oder? Boah, ist das cool gemacht. Okay. Geht's in die Richtung. Ist auch ein Pfeil. Moment. Muss ich kurz tauchen? Kann ich nicht erkennen. Ah ja. Okay. Oh, warte mal. Habt ihr es gesehen? Auf 12 Uhr? War ein Bl... Äh, Bl... Ne, doch nicht. Ich dachte, ich hätte ein Blitzlicht gesehen. Das war ein Fisch. Okay. Ein Fisch. Ich sehe noch einen Pfeil. Okay, der war auf jeden Fall hier rechts. Und zeigt in die Richtung. Okay, hier haben wir wieder ein Symbol. Macht gerade aus. Links. Hier ist, glaube ich, was. Okay, hier lang. Ich vermute, wir müssen hier reinfahren. Boah, Hammer. Ich muss hier einmal reinspringen. Das ist einfach so cool gemacht. Einmal. Hm, ziemlich unspektakulär. Okay. Versteckte Höhle, Stufen. So, hier zeigt wieder ein Pfeil. Wir sind also definitiv richtig. Äh, wie komme ich denn... Wie komme ich denn... Wie komme ich denn da rüber? Hier ist es ein Pfeil. Oh. Was ist... weiß? Ach. Nein, jeden Sprung schaffe ich nicht. Ja. Nein, jeden Sprung schaffe ich. Keine Ahnung. Das Boot wird mir auch kaum helfen. Komm ich da hoch oder muss ich da hoch? Mal ausprobieren. Ja. Ah ja, okay. Gut, mal gucken. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Oh, wir kommen da tatsächlich... Oder? Ja, tatsächlich. Wow. Hammer wieder. Ah, genau. Bei denen habe ich nämlich vorher gesehen. Okay. Oh, nein. Oh. 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 Ja. Ah, heiße. Zieh dich mal hoch. Ah. Ich dachte, man kann vielleicht an den Lianen sich festhalten. Ja, nochmal. Guck mal, diese Waffe möchte ich jetzt wegstecken. Steck mal die Waffe weg. Brauche ich jetzt nicht. Wo muss ich hin? Ach Gott, ich sehe es schon. Oh, wow. Das ist ja heftig. Das sieht man kaum. Ach ja, natürlich. Da muss ich rüber. Mein Gott. Ganz einfach. Logisch. So, sehr schön. Warten wir noch auf Sam. Oh, wow. Wow. So zivil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für irgendwie, was? Na, er hatte das Geld. Der kann, der können, stimmt's? Komm, gehen wir näher ran. Er ist hier. Erst hier gucken. Warte mal, da gehe ich erstmal hoch. Ach, da kommt man schon wieder hoch. Mal gucken, was da zu finden ist. Hey Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Los! War das jetzt gut oder schlecht? Haben wir uns gar nicht diesen brachtvollen Bau angeschaut. Mal schauen. Wo ist er denn, der Sam? Hm. Hm. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des Heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Hier haben sie das wohl gebaut. Oh, eine Seilbrücke, dort. Na komm. Sieh dich da oben gut um. Gut gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich seh noch keinen anderen Weg da rauf. Warte. Sam! Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay. Jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Sam! War's ein Deck? Sam, hey! Bist du noch da? Gott, verdammt! Also, wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Hm. Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann. Okay, Sam, wo bist du? Also, hier kommen wir definitiv wahrscheinlich noch hoch, oder? Ja. Okay. Wenigstens etwas. Den Sprung schaffen wir nicht. Oder warte mal. Doch, den Sprung könnten wir schaffen. Wir probieren's. Oh, easy. Ein Elefant. Cool. So, dann geht's hier hoch. Ah, nein. So. Oh. Ist schon hier oben? Wo warst du? Ich habe die Möglichkeit, dich hier raufzukriegen. Okay. Dann spring rüber. Oh. Das war ja einfach. Sehr schön. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Das muss nicht sein. Bist ja oben. Also, weiter geht's. Ja. Wir wollten schlagen. Wir kamen aber nicht durch. Wow, super gearbeitet. Hm. Kacken. Warum ist der da? Hm. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. So, jetzt hänge ich hier rum. Aber was muss ich hier machen? Ach so, warte mal. Vielleicht müssen wir da rühren. Und ist da was? Ein Moment. Sam, zwecklos. Sackgasse. Ja. Okay, dann also wieder zurück. Trial and error. Okay, da ist nichts. Muss einen Weg hinüber geben. Oder wir müssen da rüber. Ja, wir müssen... Wir müssen wohl da rüber. Na ja, probieren wir es einfach aus. Nö. Nein, 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 nein. Stein. Warum müssen wir denn lang? Warum müssen wir denn lang, Mensch? Wie ich immer seitlich versuche runter zu gucken. Ist echt lustig. Wenn ich den Kopf drehe. Das ist ein Quatsch. Ähm. Das ist ein Quatsch. Das ist ein Quatsch. Ah. Das ist eine Quatsch. Mann, 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 hey, ich weiß nicht, was wir machen müssen. Jetzt geh ich mal zur anderen Seite. Ah, okay, ich hab was gesehen, ich hab was gesehen. Ich weiß allerdings nicht, ob es stimmt. Ah, ich glaub's kaum. Aber gut. Hier unten ist ein Pfad. Super, ich bin hinter dir. Oh, doch, war richtig. Sehr schön. Super, ich bin hinter dir. das ist so überspringen so dann hier mir geht's gut danke komm mal wieder falsch wo müssen wir hin wir müssen dahin oh gott wir müssen da unsere komplett entlar okay alles klappt schon verstanden müssen wir dahin das ist schon eine macht echt spaß mit dem seil oder können wir uns draufstellen und dann hier wieder hoch okay wir sind offenbar noch auf dem richtigen weg konnte das hier niemand finden und ein schatz schauen wir uns mal kurz an was wir gefunden haben bisher also die messing taschen sonnen uhr also eine taschen sonnen uhr okay mogul elefantenschnitzerei ottomanischer helm ok und und Nett. Gut. Damals im Waisenhaus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Ehres machen würden? Nein, nicht wirklich. Jetzt heißt es wohl abwärts. Vorsicht. Ah ja. Wahrscheinlich wären wir durch den Haupteingang, nenne ich es jetzt mal, wären wir gar nicht reingekommen. Deshalb mussten wir jetzt diesen Umweg nehmen. Und jetzt gibt es eine schöne Schlammrutsche. Na gucken. Okay, da müssen wir wieder Kuh machen. Und stürzen wir ab. Ah. Oder wir stürzen einfach so ab, weil wir wieder mal Seil loslassen. Das macht die Sache spannender. Nochmal. Sam, komm hier herum. Heilige Scheiße. Ja, voll. Kommst du klar? Ja, Kinderspiel. Also, jetzt haben wir ein paar Räume. Jetzt wollen wir mal gucken. Also, womit fangen wir denn an? Hier haben wir nämlich eine Treppe. Ne, falsch. Das ist zugemauert. Es sah so aus wie eine Treppe. Okay. Also, der Eingang ist zu. Das ist ja der Hammer. Dann gehen wir einfach im Uhrzeigersinn mal vor. Das ist eine Druckplatte. Das sieht ein Blinder. Ernsthaft? Haben wir hier noch irgendwas? Sam, du, ich will da jetzt eigentlich nicht hin. Ich will mal kurz in den anderen Räumen reingucken. Deshalb, ja, warte einfach mal. Hey, wo willst du hin? Ja, ich will mir jetzt erstmal umschauen hier. Wo wir alles verpassen. Wow, was ist das alles? Findet mal bestimmt noch was. Hm, hm. Hm, hm. Ah, meine Karte. Eine Kirche. Sam, hier. Hey, vielleicht wollten die einen riesigen Freizeitpark bauen. Piratenland. Nee. Weder das eine noch das andere. Sam, schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? Bei diesen Kerlen schwer zu sagen. Das ist echt gut gemacht. Cool. Unser Code. Oh nein. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sind wieder Rätsel. Fangen wir mal hier an. Da, the first battle. Die erste Schlacht. Sam, schau mal hier. Every ship. Die fancy. Sie greift die Gangi Sawai an. So fing alles an. Okay. Unser Code. Avery und Tu halten Hof mit ihren Kapitänen. Sieht aus, als schreiben sie ihren Verhaltenskodex. Die Piratenverfassung. Die Gründer. Schau. Siegel von Piratenkapitän. Alle um Avery versammelt. Nathan, das ist die Geschichte der Gründung von Libertalia. Blau. Blaupausen. Okay. Braunpausen. Mhm. Also, was ist das für ein... Eine Art Versammlungsraum. Mein Gott, hier haben sie Libertalia geplant. Die Frage bleibt aber, haben sie es durchgezogen? Das mussten sie. Schau dich doch um. Du widmest doch nicht dein ganzes Leben einer Sache und setzt dich dann einfach ab. Tja, es läuft halt nicht immer wie geplant. Was ist mit dieser Figur? Hm, nix. Ja, soll ich oder soll ich nicht? Ich soll. Ich soll. Ja, okay, also hier gibt es, glaube ich, jetzt nichts mehr zu tun. Wir gehen jetzt mal zu dieser großen Steintüre und Toa, das war hier. Meine Schätze, im Moment denke ich eher an meinen Rücken. Scheiße. Wow. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Sieht ganz danach aus. Wow. Ja, und bevor wir diese Prüfung uns mal genauer ansehen, würde ich die Folge hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden natürlich im Anschluss hier sofort weiterspielen. Und da bin ich gespannt, was uns demnächst erwartet. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.